So und willkommen zurück zu Assassin's Creed 3, wie ich es immer gern sage. Und wir sind hier stehen geblieben. Wir hatten uns auch gleich wieder rausgelassen. Und jetzt müssen wir die Wachen erledigen. Aber wie? Sollten wir das Klammheimlich tun? Nehm ich doch mal an. Oh oh. Hm. Mit dem Tomahawk bringst du den nicht um. Na, steh wieder auf. So. Nummer 3 ist eliminiert. Nummer 4 stirbt. Nummer 5 stirbt. Ja, Jungs. Würde ihr mal euren Arsch hochkriegen? Die stehen da nur rum und lassen mich metzeln. Hallo? Hallo? Mann, ihr seid ja faule Säcke. Echt. Wer man nicht alles selber macht. Mann, ihr seid ja. Ah, ich weiß nicht mehr, wie man Einen für die Ah, mit X Ah Weg ist er Okay Wachen sind beseitigt Wo sind meine netten Kollegen, die wohl einen Arsch nicht mehr ansatzweise hochkriegen? So Und was jetzt? Soldaten! Soldaten! Noch mehr von den Kollegen Wir müssen sie in Schach halten, solange der Tee versenkt wird Drei Mal darfst du raten Na, heb's halt auf! Mann, du bist so ein Ah Jetzt Weg mit dem Tee Na, nimm's halt Jetzt kommen die ersten Jungs Wenn sie an die Gurgel wollen Mann Nein Auf geht's, wir müssen noch Tee über Bord werfen Rotröcke ins Wasser werfen Auch noch ne Idee Ja, wenn Rotröcke da wären Die Männer mit den roten Röcken Ja, kommt's her Öpala Ja, was ist jetzt da? Nein, nicht immer selber reinfallen. Oh, 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 Polly. Wo bist du? Na toll. Ich bin zu lange da drüben rumgegolkt. Na gut. Ach, jetzt darf ich die Teekisten nochmal von vorne ins Wasser werfen. Ah. 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 Na So, eine Tee-Kiste noch. Dann haben wir das zumindest schon mal erledigt. So, jetzt muss ich da rüber. Und meinem Kollegen hier helfen. So, geht doch. Wo kommen die Nächsten daher? Sehr schön. Und weiter geht's mit den Kisten. Boah! Nichts da, Kollegen! Boah! So, wieder zurück aufs Schiff, bevor meine Jungs zu viel abkriegen. Nein! Rauf mit dir! Ja! No! Was ist das? Und weg mit euch, roten Säcken! Neuser, dieser Magschaft. Die letzte ist für dich. Jo, das war mal ORT. Besser, wir verschwinden hier. Da, sehr schön. Mission beendet. Okay. Gut, jetzt müssen wir dahinter. Okay. 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 Und da oben hätten wir noch eine Seite vom Alma nach. Nein! Au! Aber ich glaube, die kriegen wir nicht, ne? Na, das war nix! Das war nix! So, dann machen wir uns mal auf den Weg dahinter. Und schauen, was uns als nächstes erwartet. Wo ist der Hafenmeister? Oder wir schauen einfach mal auf die Karte, wo wir hin müssen. Halt! Nein! Dann... ...ins Grenzland zurück? Hä? ... ... ... ... ... ... Dann machen wir das doch mal Ja, jetzt bin ich wieder da, wo ich gar nicht hin wollte Oder? Ja, toll, super Meisterleistung Gehen wir mal doch wieder zum Hafen, heißt er Weil vielleicht müssen wir zurück ins Dorf Irgendwie Sehr seltsam Hafenmeister Gehen wir mal in die Devonport-Siedlung zurück Irgendwie habe ich gerade keinen Plan, was ich machen soll Ah, nur gut Ja, mit dem alten Zufkopf interagieren Ein Spielchen spielen, nein Was sagt die Karte? Ja, hier sind wir richtig Da ist die Hauptmission Aber das machen wir in der nächsten Folge weiter Bis dann, euer Medazo Fittai Da ist's Oh, ja Oh, ja Da ist skal ich mal olden